okay dann geht es jetzt los ja der trickster ist ein boss er ist jetzt aber kein ordentlich guter boss muss ich ehrlich sagen außer er benutzt gleich irgendwelche tricks wie zum beispiel weg laufen okay todesfalle ausgewicht wow ouch muss sagen er ist nicht ohne der typ ach du meine güte jetzt ruft da auch noch schergen herbei das finde ich nicht so toll prickelnd das finde ich nicht ganz so toll das finde ich nicht ganz so toll au aua aaa aaa so jeder schluckt ein paar wow äh kannst du die auch schlucken solange du noch lebst nein inselmeister äh was zu au und ich komme hier nicht raus mist so Das ist nicht so schön. Der hat sich jetzt einfach mal so in den Inselmeister verwandelt. Ah. Ich habe mich sowas von gar nicht richtig vorbereitet auf diesen Kampf. Wow, da ist schon wieder der Inselmeister. Au. Jetzt muss ich das Viecher loswerden. So. Wow. Drei Inselmeister sind mies. Äh. Au. Nicht so toll. Ah. Ich habe leider keinen Wiederauferstehungstrank mehr. Ich glaube, den Kampf muss ich noch mal neu laden. Wow. Da kommt er wieder. Ah. Na, das ist kacke. Alle drei von der Sorte sind auf jeden Fall nicht so toll. War das der erste? Ist er aufgeschloss? Ah, Paralyse. Das kann ich gar nicht leiden. Äh, wie viele werden das? Das war dein letzter Helfer. Wow. Ein Mana-Trank. So, wie fliegen sie hier? Äh, und? Wow. Okay. Wieder einer weg. Hoffe ich mal. Okay. Hey, da haben wir einen eingefroren. Okay. Noch ein Klon weg. Äh, ne. Na. Äh. Das ist mies. Das war mein Alchemist. Ich bin tot. Neuladen. Okay. Das ist ganz schön heftig. Muss ich ehrlich zugeben, das ist heftig. Deswegen, der Trixer selber ist nicht ganz so schlimm, solange er noch als Trixer unterwegs ist. Deswegen sollte ich gucken, dass ich seine Minions da töte. Solange er noch der Trixer ist. Als Inselmeister ist er definitiv hart. So. Resurrection Potion. Du mach mir mal bitte Heiltränke. Auch für dich selber ein. Und Mana-Tränke. Okay. So. Das könnte nämlich übel werden. Äh. Also, auf geht's. Ups. Ups. Gut, das hat ihm schon mal Schaden gemacht. Wow. Das auch. Genau, jetzt kommen die Feuerkugeln. Au. Und jetzt kommt er gleich wieder. Wow. Kommst du um die Ecke? Ja, der trollt uns. Deswegen heißt er der Trixer. Wow. Wow. Ist ein Bild, dass wir kein Kristall mehr haben. So, jetzt haut er wieder ab. Die Gelegenheit kann ich nutzen, um kurz einen neuen Hightrack für sie zu bauen. Hat er irgendwas gerufen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ah, Critical. Au. Das war eine wiese Masche. Au. Jetzt hat er Giftfallen aktiviert. Okay. Was mache ich jetzt am besten? Ja, mit dem hier eine Runde spielen. Ist eine gute Idee. Okay. So, weil ich brauche kurz... Ähm. So. Wow. Okay, jetzt fängt er an, Duwels von sich zu machen. Wow. Das war nicht so toll. Du trink. Trink mal alle. Außer dir. Du bist noch nicht so angeschlagen. Du, das war knapp. Okay, der hat ein Schild um sich. Das wird wohl der echte Inselmeister sein. Ja, das könnte der echte sein. Jo. Wow. Das war vorbei. Ja, gegenseitig zum Zauber-Schild habe ich keine Möglichkeiten. Da muss ich erst seinen Klon da besiegen. So, genau. So, jetzt müsste der echte wieder... ...neue Klone machen. Ah. Au. Du, trink Heil-Trank. Du, trink Mana-Trank. So, wieder einer weg. Du bist wieder das Original, wie dir scheint. Au. Ah, verletzt. Diesmal klappt es besser. Aber auch noch nicht perfekt. Okay, du bist das Original. Ah. Okay, du bist das Original. Ja, ich kann ihn wieder vorwunden. Ja, ich kann ihn wieder vorwunden. Au. Okay, die Klone ignorieren wir. Wir betteln uns hier mit dem Chefe. Klon, trink mal was. Soviel zum Thema Klone ignorieren. Au. Wenn sie sich gegenseitig töten, ist das auch eine gute Idee. Äh, du. Mach neue Heiltränke. Während wir hier ziellos umherlaufen. So, den trinkst du auch mal gleich. Oh, das ist heftiger Kampf. Au. Äh, haben wir kurz Ruhe. Ja. So, den hat's erwischt. Äh. Du hast auch eine Kopie. Kommt, der Inselmeister, den packen wir jetzt noch. Du bist auch nur eine Kopie. Au. Du könntest das Original sein. Okay, Licht geht aus. Äh, und er fizzelt, weil er am Kopf beschädigt ist. So. Ich gebe immer einen Dinger. Ich muss Heiltränke machen. Und das Original wiederfinden. Au. So, du warst kein Original. Äh. Du bist wahrscheinlich auch nicht das Original. Nein. Sonst könnten wir dich nicht einfrieren. Das Blöde ist, dadurch, dass ich, wenn ich die Pränke machen, beschäftigt bin, hat er die Möglichkeit, auch erst mal uns zu töten. Ja, das kann er auch. Hat er die Möglichkeit, immer wieder neue Klone von sich zu machen? Er hat sich damit beschäftigt, Benutzung zu heilen. Okay. Okay. Wow. Bist du der Echte? Nein, du warst auch wieder ein Falscher. Ah, Mist. Uns gehen auch langsam die Heiltränke aus. Du bist der Echte. Wo kommst du? Wow. Genau, du bist der Echte. Au. Okay, das ist egal. Wir können... Äh. Das ist jedoch nicht egal, wie der drauf geht. Ich sollte dringend gucken, dass ich so viele von denen aufbrauche, um Heid- und Wiederbelebungsträcke etwas zu machen. Und mal Protection anschmeißen. Welcher vor der Gefährdete? Du nicht, ne? Äh. Wiederbelebungsträcke. Korbär. Das war auch nicht der Echte. Äh. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich bin tot. Äh. Nein, bin ich mal nicht ganz, oder? Äh. Doch, weil ich... Ja, mit Wunden wiederbelebt werde. Okay. Tja, Leute. Ich denke, den großen Endkampf sparen wir uns bis zum nächsten Mal auf. Ich mache hier erst einmal wieder einen kleinen Cut. Dann versuchen wir das Ganze beim nächsten Mal nochmal. Also, bis gleich.